Oh Mann ey, das ist mies. Oh mein Gott ey. Von den dreien fand ich das jetzt am nervigsten. Das war vier, jetzt kommt das letzte. Ja, von den drei Kapiteln. Das ist bis jetzt das nervigste. Boah, Rochelle, immer kriegst du von der alten Schuss in den Rücken. Ja. Okay, ich hab das AK. Du kannst direkt durch die Wand schießt, das ist so komisch. Warte, bevor du öffnest. Ah, ja, ich muss aber mir die Ketten mitnehmen. Zwei habe ich ja schon verbraucht. Komm, du kommst durch die Wand durch. Da guck ich mir hier vorne noch sind. Ja. Also mit der Pistole ein bisschen aufräumen hier. Hast du hier eine Doppelpistole her oder was? Die habe ich immer noch, die habe ich gern Zeit noch. Warte mal. Ich schlade kurz, ne? Wollen wir? Ja, ja, mach ruhig. Und Kuckuck. Was zur Hölle, echt? Da hat er recht. Ich hab verstecken gespielt. Der eine. Mit dem Kopf gegen die Wand. Wow. Der musst du bestimmt zählen, der Typ. Was sind das denn für beide hier? Die wollten sie in Ecke verkriechen. Ja, auch. Komm mal hinter uns. Ja, guck mal nicht nur hinter dir. Guck mal gleich auch vor dir. Ja, dann schießt du mal nach vorne und nicht nach hinten. Super Schuss. Kann ja auch nur von mir. Nö, war schlecht. Ciao, ciao. Bist du? Hältst voll an die Wand gerannt. Hier ist eine zweite Pistole, glaube ich. Yay. Das ist besser. Das ist nur eine. Durch den Autoscooter. Ratterzong, 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 Ratterzong. Das ist bestätig. Sobald ein Zombie bei dir zu nahe ist, dann kannst du nicht weglaufen. Hier, geh doch drüber, Kjatsch. Ich hab hier ein gutes Gefühl gehabt. Pröste dich. Nicht nur du. So. Ich hab mal mein Model-Tor. Oh, Mann. Schöne noch nicht nur davor. Ey, du hast auch nur vor mir. Ja, der hier lief, gibt immer weiter, ne? Na, wer kriegt ab? Keiner. Ich hab ihn noch erledigt, bevor er kam. Bevor er mich erwischt hat, hab ich ihn erledigt. Ja, die fliegt doch noch zehn Kilometer zu weit, oder? Hab ne Idee. Ne. Kuschel, der durch die Hinschiehlt. Das muss mit. Hm? Der pinke Elefant muss mit. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Das war der Kata-Taner. Das war der Kata-Taner und Pistole nicht nehmen kann. Nicht nehmen kann. Das ist... Ja, Rujai, natürlich. Die Reste Arbeit gemacht. Ist ja. Bist tot. Ne, der Clown. So, da ist er doch. Hau auf. Bitch, bitch. Da hinten ist sie, ne? Ist klar, fackeln aus. Du musst aufpassen, ich stehe da um die Ecke, oder? Nö. Irgendwo war sie doch. Soll aufmachen, ne? Da kannst du nicht. Da aber lang. Versuchen wir mal, nicht umzulegen. Okay? Doch. Nö, nö. Ne lang. Durch die Tür. Genau. Mach den Clown halt. Totes der Clown. Aber alle Recken Clown, ne? Ja, weil der am Quietschen immer ist. Deswegen. Ja. Jockey. Der ist ein Mist. Das ist das Miese, weil man immer nachladen muss. Ja. Ich glaube, das war es mit dem. Wow, ich bin gleich tot. Warte kurz. Ja. Oh. Oh, plus ein Leben nur noch. So. Genau das geht uns. Ich schaufel nochmal die Pillen rein hier. Na, tröste dich. Was haben wir denn? Ne Gitarre. Ne Gitarre. Jetzt kannst du Rockstar spielen. Gibt so bestimmte Erfahrungen. Wirklich drum. Ja, wahrscheinlich, aber will ich nicht. Wo auch sonst lang. Hey, das war meiner. Nö, das war meiner. Das war meiner. Ich habe zuerst auf den geschaffen. Ich habe nur eine Rohrbombe. Falls irgendwas. Da ist der Quitschig Clown. Nicht bald. Nö, weil der Rohrbombe muss schon ein bisschen mehr kommen. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, der Millipack, ne? Jepa. Wo ist die Sä? Das Clownie. Ja. Hier oben ist Munition, glaube ich. Ja, da oben nach Munition muss ich springen und einmal E drücken. Voll. Da geht es schon klar. Wow. Obwohl Rochelle kann doch irgendwie so hoch. Keine Ahnung wie. Ach so, dass eine Leiter, okay. Hat es immer was Gutes getan. Ja, kommt mal von überall in das Küche. Mach ich auch mal jetzt. Alter, wer war das? Was denn? Nick. Ich habe oben nicht geschossen. Aber da ist die Witsch. Ja, die sitzt in der Ecke fest. Ja, hey. So, ich dachte, wer schütt mich denn da jetzt noch vorne? Wir müssen hier weiter, weißt du, ne? Ich war heiß, ich war heiß. Geh jetzt einfach weiter. Ist mir egal. Ich boxe hier die alle. Nein. Boah, Alter, wie viele. Wo seid ihr alle? Wow, hier. Ey, ey, ey. Ja, was? Ich kann nichts machen. Ja, ich bin gleich tot. Ich tue jetzt mal heilen. Wartet mal, ich muss mich heilen. Ich bin genauso gleich tot. Hast du keine Pillen mehr? Nee, ich hab auch nichts mehr. Ja, das kam gerade schon mal, diese Masse. Das ist ja das nicht das Problem. Dann hat die auch immer so viele Massen wieder um mich. Ey, wir müssen unbedingt weiter, sonst kommen immer mehr davon. Ja, ich weiß. Ja, hier ist der Zeltruf. Ich war heiß, ich war heiß. Boah, ihr Mistviecher, lasst mich doch mal durch. Boah, Zombies, ey. Ja, alle im Zeltruf drin, ja. Boah, rein hier. Wir haben es geschafft. Scheiße war das, Knapp. Boah, leckst mich am Zyk, Gali.